In diesem sehr lehrreichen und spannenden Naturfilm von Klaus Illitsch wird das Leben und Sozialverhalten des Birkwildes dargelegt. In einer noch unberührten und rauen Gebirgslandschaft der niederen Tauern steht die Faszination der Hahnenbalz im Zentrum dieses Films. So nebenbei erfahren Sie interessante Details über die Geschichte des Sölkpasses. Tauchen Sie nun ein mit uns in eine Landschaft, die nach seinesgleichen sucht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.